Werte Damen und Herren, liebe Freunde der Informatik, liebe Kollegen, wir sind heute da, um in die Entwicklung der Informatik, jetzt auch in die Zukunft und auch die Themen, die wir an der Fakultät bearbeiten, nahezubringen. Wenn die Vorredner jetzt über die Entstehung der Informatik gesprochen haben, wie die Ideen zustande kamen, wie die Strukturen sich herausgebildet haben, möchte ich also Fragen vorstellen, wie sieht die Informatik der Zukunft aus, welche Themen sind von Bedeutung, wo sind Herausforderungen und wo lohnt es sich, Kräfte zu bündeln, interdisziplinär zusammenzuarbeiten, um den Herausforderungen entsprechend begegnen zu können. Ein Schwerpunkt, wie Dekan Beigl schon sagte, ist der Schwerpunkt Anthropomatik und Robotik. Zunächst mal die Frage, Anthropomatik, was ist das? Der Name ist nicht ganz so neu, man hat schon in den 70er Jahren über Anthropotechnik besprochen, es war also die Frage, wie sieht die Technik und die Kooperation von Technik und Maschinen in der Produktion aus. Es war ein Schwerpunkt zu der Zeit, die Humanisierung des Arbeitslebens, hat man vor allem die Produktion und die Robotik im Vordergrund gehabt und dann gibt es die Anthropometrik, das heißt also fragend, wie kann man den Menschen modellieren, wie können die Sinne modelliert werden, das sind Dinge, die eigentlich schon relativ früh entstanden sind. Ja, wie sieht das in Karlsruhe aus? Wir sehen die Anthropomatik als Informatiker, als Wissenschaft der Symbiose zwischen Menschen und Maschinen, also nach wie vor Interaktion, Kooperation zwischen den Systemen, allerdings auch dann die Frage, wie können die Sinne des Menschen modelliert werden, also Sprache, visuelle Sinne, Haptik, die Motorik des Menschen, wie können auch Prothesen oder Teile des Menschen modelliert werden, das Artefakt oder zum Beispiel auch hier als künstliches Organ. Und dann eben die Robotik, die als Automationshilfsmittel in der Automobilindustrie, in der industriellen Produktion etabliert ist und inzwischen auch ein Alter von 50 Jahren erreicht hat. Die ersten Systeme sind in der Fernhandhabung entstanden, eingesetzt worden, auch hier in Karlsruhe am damaligen Kernforschungszentrum und dann eben auch zur Manipulation von emittierenden Materialien. Gut, verglichen zu anderen Disziplinen jetzt, wenn man das Automobil betrachtet, das 125 Jahre Geburtstag gerade gefeiert hat, ist die Robotik und die Informatik eine junge Disziplin. Die Symbiose von beiden, Automation, Robotik und Informatik, ist also jetzt gerade zwei Jahre alt, der Schwerpunkt wurde vor zwei Jahren beschlossen und vorher sehr gründlich vorbereitet. Und der damalige Dekan Detlef Schmidt hatte die Idee der Anthropomatik sehr stark befürwortet. Es wurden damals Themen diskutiert, das war etwa so um die Jahrtausendwende. Und dann war die Frage, was ist das? Das ist interdisziplinär, wie können die verschiedenen Disziplinen zusammengeführt werden, so dass also hier ein tragfähiger, nachhaltiger Wissenschaftsbereich zustande gebracht werden kann. Gut, hier sei also einigen der damaligen Kollegen gedankt, die also die Idee des Interdisziplinären sehr stark vorangetrieben haben. Zum einen also Detlef Schmidt, dann Kollege Beth, Kollege Weibel, Kollege Bretthauer, Kollege Wörn und Kollege Bayerer, die das also sehr stark mitgetragen haben, sodass aus der Idee eine kritische Masse entstand. Umgekehrt, wenn wir die Themen jetzt betrachten in der Anthropomatik, auf die ich gleich zu sprechen komme, also Forschungsthemen, dann sind diese, wenn man es genauer betrachtet, auch nicht ganz so neu. In den 80er Jahren sind Kollegen an der Informatik bereits tätig gewesen in einigen der Gebieten. Zum Beispiel Alfred Schmidt hat sich mit der Visualisierung befasst, Visualisierung des Menschen, Visualisierung von Strukturen. Das, was heute als Virtual Reality und Augmented Reality bezeichnet wird, ist aus der damaligen Zeit so entstanden. Hans-Helmut Nagel hat sich mit maschinellem Sehen befasst, also können Maschinen sehen, können sie die Umgebung wahrnehmen, das ist also ein wichtiger Teil der Anthropomatik. und Alex Weibel kam mit den Visionen nach Karlsruhe des Sprachverstehens, des Sprachübersetzens, von einer Sprache in die andere Sprache und der Entwicklung von rechnergestützten Systemen zur multimodalen Mensch-Maschine-Interaktion und damit sind eben die Grundlagen zur Anthropomatik und der Mensch-Maschine-Interaktion entstanden. Es sei noch Kollege Remboldt genannt, der die Automation und vor allem die Robotik nach Karlsruhe brachte an die Informatik und dort Grundlagen in der Automation, Handhabungstechnik, Sensorik mit geschaffen hat. Also von daher ist das schon eine gewisse Tradition, auf die wir aufbauen. Die Zeit ist zu kurz, man muss auch auf Ant Bode Rücksicht nehmen. Ich wollte nur ganz kurz die Forschungsthemen, die Ziele skizzieren. Es geht vor allem eben um das Modellieren und Verstehen des Menschens, um die Interaktion des Menschen mit der Maschine. Hier sind Methoden zu entwickeln, algorithmische Ansätze, dann aber auch Ansätze, die aus der Biologie kommen, dass man versucht, hier Übertragungen und Synergien zu schaffen, die wir uns zum Ziel gesetzt haben. Naja und letztendlich auch das Entwickeln, Planen und Entwerfen von Systemen, von technischen Systemen, die eben angewandt werden können. Ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Themen ein, aber es sei nochmals darauf hingewiesen, dass hier Kerninformatik-Themen gefordert sind. Also wie wird der Mensch, wie wird die Umwelt, die Interaktion modelliert, Gedächtnis, Strukturen, maschinelles Lernen. Das sind also Fragen, die auch in der KI gehandhabt werden, bearbeitet werden. Dann Themen, die heute schon angesprochen wurden, Medizintechnik, Robotik in der Medizin, Bildgebung in der Medizin, Interpretation der Medizinprothesen und Orthesen. Dann die Themen, jetzt Sprachverstehen, maschinelles Sehen und dann vor allem die technologische Seite. Wir arbeiten sehr intensiv mit dem Maschinenbau zusammen, mit der Elektrotechnik zusammen, um die Maschinen zu entwerfen, auch mit der Produktionstechnik, um entsprechende Umsetzungen zu machen. In der Industrie wird derzeit in der Produktion sehr stark von der Kooperation und Interaktion von Menschen mit Maschinen gesprochen. Man möchte kürzere Programmierzeiten, macht etwa 80 Prozent heute aus bei der Programmierung eines Robotersystems, bis es eben das tut, was es soll in der Produktion, auch die Interaktion mit den Menschen. Das heißt, wir haben hier in der Industrie starke Partner und dann eben die Industrierobotik, bei der ein sehr vielfältiges Feld heute erarbeitet wird, dann neue Themen nach Fukushima, wo das wieder sehr aktuell, Umwelteinsätze von Mensch-Maschinen-Systemen eben bei Katastrophen und zur Umweltüberwachung. Gut, die Frage, also wie sehen solche Systeme aus? Das sind informatische Systeme, aktorische Systeme, die zu entwerfen und zu planen sind, stehen bei uns im Vordergrund und werden auch prototypisch in den unterschiedlichen beteiligten Systemen und Instituten gebaut, erprobt. Es sind einige Sonderforschungsbereiche in dem Themenbereich an der Fakultät angesiedelt gewesen. Das erste war der Sonderforschungsbereich Künstliche Intelligenz, bei der die Fragen geklärt wurden, kann ein Computer lernen, kann ein Computer Schlüsse ziehen, wie sehen die Programmierparadigmen aus, wie sieht die Logik aus? Herr Deussen war damals Sprecher, hat den SFB mitbegründet. Danach ist ein SFB Medizintechnik entstanden, zusammen mit Heidelberg, das war Robotik in der Chirurgie. Herr Warren ist in der Zeit zu unserer Fakultät dazugestunden, hat das Gebiet stark ausgebaut. Dann kamen kognitive Automobile dazu als Sonderforschung und zuletzt eben humanoide Roboter als Sonderforschungsbereich, den Sie hier sehen, also wie kann man solche Systeme bauen, die zumindest menschenähnlich mit reagieren, interagieren und auch eben von der Anatomie her menschenähnlich aussehen. Dann andere Themen sind hier zu sehen, die multimodale Interaktion, also kann man von dem Keyboard sich entfernen und in Zukunft Programmierung mit Sprache und Gestik durchführen, Beispiele geben, können die Maschinen lernen, es sind hier einige Ansätze, dann eben Personenerkennung, was macht die Person, wie ist das Anliegen der Person, Gesichtserkennung, um nur einige Themen nennen zu können. Jetzt kommt die Technologie dazu, solche Systeme wollen geplant, entwickelt, gebaut werden, hier sind einige Beispiele. Das letzte und neueste System ist der humanoide Roboterrechts, hier hat der Kollege Asfur Pionierarbeit geleistet und dann eben Systeme, die im industriellen Alltag eingesetzt werden sollen. Gut, das war so ein kurzer Überblick. Die Anthropomatik ist auch mit anderen Wissenschaften, Sportwissenschaften stark verbunden, also die Bewegungswissenschaften und dann auch mit den Geistes- und Lebenswissenschaften, bei dem eben Fragen stellen, soziale Fragen, wie sehen das soziale Umfeld aus, wenn Roboter-Technologie dort eingesetzt wird. Dankeschön. Dankeschön.